Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was zum Teufel ist da los? Hey, wir sind eure Nachbarn. Willkommen bei Kapano. Ist das ein griechisches Restaurant? So heißt unsere Studentenverbindung. Das gibt's nicht. Schon wieder Studenten nebenan. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Mädchen sind ja eher ruhig. Harte Drogen nehmen sie eigentlich auch nicht. Und sie sind so viel schlauer. Wo bin ich? Oh nein, ich hab sie getötet. Ich bin auf Schmerzmitteln, Bitch. Kapano! Wir brauchen jemanden, der bescheuerte junge Leute versteht. Ey Nachbarn, machen wir den Scheißladen dicht. Gute Tarnung, Glückwunsch. Du siehst wie ein Psychopath aus. Ich bin ein Clown, Mann. Alle lieben Clowns. Hahahaha! Mach das nie wieder, klar? Sie versuchen unsere Verbindung zu zerschlagen. Ich hab ne Idee. Wieso versuchen wir nicht den Airbag-Trick? Das wird nicht funktionieren. Bei den Jungs hat das funktioniert. Wieso nicht auch bei den Mädchen? Bei den Jungs Idioten sind. Oh! Die neuen Eigentümer werden niemals leben in ein Verbindungshaus wohnen wollen. Was können Eltern am besten? Jungen Leuten so richtig den Spaß versauen. Es ist nicht so einfach, die Bullen anzurufen ohne Telefon. Her damit, sofort! Nein! Ah! Scheiße, was? Das ist ne Telefonschnur, Dumpfbacke. Verdammtes Oma-Telefon. Ah! Die Tussis sind außer Kontrolle. Nein! Bleibt mir vom Leif! Sie setzen ihre sexy Reize als Waffen ein. Hilfe! Los, runter da, ihr Tiere! Das funktioniert nicht! Du machst sie nur noch schärfer! Aufhören! Aufhören!